Was ist die Kultur Ladiner im Palaz Wiedmann-Abulzan? Was ist die Kultur Ladiner? Es ist so, dass der Frieden nur aufrechterhalten werden kann, wenn alle ihre Kultur leben können, ihre Sprache gebrauchen können. Wenn jeder Mensch irgendwie respektiert wird, ganz gleich, ob er die oder jene Farbe hat oder diese oder jene Sprache spricht oder sich zu dieser oder jener Geschichte bekennt. Und deswegen ist es wichtig, dass die Nationalstaaten, die großen Staaten auch Verständnis für die kleinen Einheiten haben. Das heißt, dass der Staat auch Verständnis für die Minderheiten hat. Auf europäischer Ebene muss ich sagen, dass die 60 Minderheiten, die wir zurzeit eben haben, irgendwie schon geschützt werden. Sie haben nicht überall den gleichen Schutz, aber irgendwie haben sie wenigstens Verständnis. Was Italienamt belangt, ist im Artikel 6 der Verfassung drinnen, dass Minderheiten zu schützen sind. Und im Artikel 4 steht sogar drinnen, dass der Schutz der Minderheiten ein nationales Interesse ist. Und das ist wichtig. Und deswegen hat sowohl die ladinische als auch die deutsche Minderheit ein Recht auf Unterstützung, ein Recht auf Verständnis, ein Recht, die eigene Sprache gebrauchen zu können, ein Recht, entsprechende Information zu bekommen. Und ich glaube, wir müssen nur schauen, dass wir das so machen, dass es von der Minderheit selber auch entsprechend akzeptiert werden kann. Ein Modell für das Entwicklung der Medien der Mandranze zeigt Mariano Cior, Direktor der Televizion Rumansch, das Projekt Content Rumansch. Die ganze Medien haben 20 Prozent spezifisch für eine singele Redaktion der Radio, Zeit und Televizion. Die ganze Zeit, die andere Seite, können wir auch eine kurze Redaktion zentraler sprechen. In der letzten Zeit, die Medien sehen, dass das so machen und die Innovation ist. Wir müssen uns nicht mehr als auch eine andere Minderheiten verändern. Das ist so, dass die andere Seite die anderen, die sehr gut anbieten, dass wir auch die Unterricht, die neue Erfahrungen und die Neuigkeiten haben, die die neuen Beziehung, die wir in der Natur haben, für die Identität, die sie haben. Für den Problem der Putsch-Alerk-Transmission für Rai-Ladena hat, der Vicedirektor der Rai-3, Enyo Chiodi, hat die Proposition zu erzeugen die Transmission digitale und durch den Zeitpunkt der Transmission, der den Rai-3- und Rai-3-Bis-Mustral-Modemo. Er sagt, dass die Kultur, mit der Diskussion, erzeugt die Puls und die Perspektive der Orientierung. Untertitelung des ZDF, 2020